So, und dann wollten wir jetzt ja die Sachen durchgucken, was wir noch zu erledigen haben. Wir müssen einmal Räume besuchen. Ja, genau. Dark Cave vernachlässige ich jetzt erstmal. Was haben wir hier noch? Nur mit den beiden? Ja. Ich weiß nicht, ob Arco ist okay. Ist das über ihr Vater? Nein, nur sie war schon rampant, wenn sie zu Schule kam, richtig? Vielleicht war sie so wie das auch? Nein, keine Lust zu worry about, Leute sind nur rampant hier. Was? Erinnerst du, wie wir dir gesagt haben, Hoshinomiya ist eine Singularität? Ja, und das ist warum wir einen Rottchenchen trinken? Und das ist warum die Reflektoren nur hier arbeiten kann, richtig? Das ist warum das Spiel ist speziell. Es macht es einfach zu leap into die Kamen hier, aber da ist auch ein Risiko von Fragments und gehen rampant. Ich bin überrascht, dass es keine Änderungen gibt bis jetzt. Hoshinomiya High School ist nur eine Singularität, wenn ein Sephira ist. Das ist warum, wenn wir andere Sephirot haben, können wir zurückgehen, dass wir eine normalen, peacefulen Leben zurückgehen können. Das ist gut zu wissen. Also, wir lassen uns die gute Arbeit. Ja. Okay. Ach. So. Dann müssen wir noch. Da waren wir? Da waren wir auch, hä. Was gibt es denn da noch? Außer Sarasa? Nee, das hätten wir alles schön. Gut, nur Sarasa. Komm her. Hinako, sind Sie frei gerade jetzt? Ich denke, mein Training ist zu Beginn zu zeigen, also ich wollte, dass Sie einen Blick haben. Klar. Danke, wir gehen auf den Rooftop. Ja, Sie haben viel besser geworden. Ich dachte so. Ich habe viel Arbeit in was Sie gezeigt, und es hat einen tollen Resultat zu haben. Lime, hast du die Unterschiede von vorhin? Ich konnte sehen, dass sie besser war, aber die Unterschiede sind zu sehr subtil für einen Amateur wie ich. Sie sehen, Sie sind wirklich großartig. Sarah und Hina sind wirklich großartig, hä? Ich habe noch ein langer Weg zu gehen, aber Sie können auch nicht verbessern. Wie viel selber? Au! Hinako! Are you okay? Ja. You started dancing all of a sudden. It really surprised me. Sorry, it was just instinct. I want to be able to dance again soon. Hinako, I'm sorry. Huh? Why are you apologizing? If I didn't ask you about ballet, you wouldn't have it occupying your mind like this. But to be honest, I did want to keep you thinking about ballet. So that's why you asked me for help? Well, I really was having some trouble. Hmm, don't worry about it. Don't worry about it so much. I will be fine as long as I go at my own pace. Still, I'm sorry. Come on, that's enough of this subject. Let's practice a little more. Okay. Acquired Sarasas Fragment. Bonds with friends. Ähm, ja, da haben wir... Oh. Da haben wir ein neues Fragment bekommen. Mal gucken, was das kann. Würde mich ja mal interessieren. Mal schauen, schauen, schauen. Suppressed dreams. Nein. Anguish of the unknown. Basic attack increase. Okay. Also im Grunde kann ich dann... Wenn ich das an... Oh, guck mal, das klappt. Ähm, ist das der? Ja. Wenn ich das daran koppel, ist das zwar ein Doppelbuff. Da. Das wäre interessant. So. Ho, ho, ho. School Building. Wir müssen noch... Da haben wir ein nächstes Ziel. Wir müssen noch in... Wo war das? 2A oder 2B? Ich glaube 2A. 2A. Und 3A. Okay. Haben wir das erledigt? Hätte ich vorher gewusst, dass man quasi überall sowieso nochmal hin muss für... Punkte. Und fertig. Ja, Foxheart Holy Palace. Make friends with Aki. Second floor hallway. Da haben wir auch zwei Punkte noch. Nehme ich den hier. Und da ist Aki. Hallo Aki. Shirai, take a look at this. Huh? Wait, what's this photo? When did you take this? Last week when you were changing clothes before P.E. You've gotta keep your guard up. I shouldn't have to while changing at an all-girls high school. Anyway, I have something to ask you. What now? I'm begging you, lend me 100 Yen and I promise I'll delete this photo. This month's been rough on me. Wait, isn't your dad a famous singer? You should have tons of money. My parents are really strict. They say you grow up to be pathetic if you're spoiled while you're young. Actually, I don't. Hmm, since I'm going to ask Max if I'm going to get out of the way, should we be friendly? So friendly as it goes? Wait, I'll delete it. Here, 100 Yen. Wait, you're really lending this to me? You're in trouble, right? It's nothing. Don't worry. Thanks, I'll pay you back as soon as I can. Just wait. Sure. Arcus Fragment. More showen. Was das kann? Hoarding Habit. Increased Power based on the number of attached fragments. Okay. Das wäre was für Lime. Kapieren wir es mal hier mit. Oh nein. Ah, 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 ah. Oh, was haben wir jetzt noch? Über? Im Grunde, ja. Haben wir nur noch. Was gucken? Was machen wir? Make friends with Aki. Ja. Gut. Dann gilt es noch, zwei Mädchen zu helfen. Evil grin hurai. Okay. Lately I don't feel like getting mad at all. It never really helps, does it? Anger is a useless emotion. All I need is revenge. Hehe. Ja, okay. Ähm, wir müssen einen Acceptor. Wait a minute. Okay. What floats? Was? The Moon? Wo? Sehr viele Monde. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Erstmal Kropzeug. Dann testen wir gleich die neuen T-Ketten. Und zwar ist das ja gekoppelt. Basic Attack Increase. Ich glaube, das bringt so nichts. Das lohnt nicht. Hora, bitte. Da vorne ist unser Ziel. Wir müssen einmal Holy Palace machen. Und was war das andere? Nee, zwar nicht hier. Was macht das? Ich war es One Allies HP Overtime. War gut. Ja. Ja. Oh, lebt noch ein bisschen. Ja, ich sollte mir wirklich mal die ganzen Fragments angucken, wie ich die am besten verknüpfe. Lime ist OP. Okay. Ein klein wenig. Ja. Let's try Recovery Skills. Haben wir gemacht. Ich sammle der Headdorf ein und dann beenden wir diese kleine Nebenaufgabe. Mal gucken, wieviel Leben der hat. Wir müssen so um die 600 wahrscheinlich haben. 720. Joa. Machen wir den Fansupport. Gut, dann war es das auch vielleicht schon. Lippe Spark. Ach, das war's. Boom. Und glatten Leopard. Hat nicht gereicht. Tatsache. Tatsache. Ah, machen wir nochmal den Spark Arrow. Das sollte reichen. Boom. Yep. Okay. Okay. You're right. You can't always go with the flow. Sometimes you just have to get angry. Der Regen fällt sich eben komisch. So I've decided that I'm going to become an angrier person. Hehehe. You better prepare yourselves, classmate. Okay. Milk Coffee bekommen. Mh, Milchkaffee. So. Dann haben wir noch eine weitere Aufgabe. Und zwar auf dem Dach. Oder? Oh. Ähm. 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 YouTube bitte nicht striken. Das ist schon sehr... Okay. Da können wir auf jeden Fall ins Kammen. Nicht, dass ich den Spaß am Ende irgendwie zensieren muss. Nee, nee. Anxiety Goffin. Ähm. Ähm. Man hört. From an other... äh äh, older Student, That there's a girl who's always afraid. What she's afraid of? I don't know. Rooftop. Okay. Da! Da! Okay! Ähm. Frightened Hisamoto. I hate this. I'm scared. I have to do something. Anything. I just feel so uneasy. I have to do something before it gets me. Okay. Mit dem Regen. Passt zu ihrer Stimmung. Okay. Ich glaube, wie ich ja schon mehrfach sagte, auf das Kameradrehen, also auf die Kameraperspektive komme ich wahrscheinlich ewig nicht klar. Manchmal kann man sie drehen, so ein bisschen und manchmal gar nicht. Drehen. Ja. Boah. Jetzt keine starken Angriffe. Boah. Na ja, das reicht quasi nicht. Machen wir den Leopard. Dann ist er definitiv weg. Aber warte. Das mache ich gleich nach der Folge. Ich will mal ein paar Sachen austesten. Wenn man funktioniert, lasse ich das. Ah, das ist der Engel schüttende Koffer. Jetzt. Ja. Die ist das. Ja. Ich will. Ich will. Ich will. Da ist die, die ich alles beherr that I should. Ich will. Ich will. Ich will. reich die gerade noch jetzt kann man nicht der tekunde die fünf und der spieler nach wunderschön böse damit dürfte er runter taken sehr schön bei ist es schnell abgehakt ging es noch weiter ja nehmen wir die items noch mit leben haben wir nicht und einfach mal fix beenden haben wir vergessen muss ich doch mal ein bisschen defensiver spielen weil ich den anfang verkackt und jetzt kann ich gar nicht das testen was ich das wäre hier perfekt gewesen was ich eigentlich testen wollte beim nächsten mal ich mag die musik da wer ist zuerst dran Kann ich mir nicht erlauben. Shit. Du bist und 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 ich bin sehr fertig. er hat mich doch ziemlich geschwächt gehabt was zieht das ganze jetzt in die länge wunderbar und dann würde ich sagen haben wir das mal durch dann sehen wir uns beim nächsten mal macht es gut und dann würde ich sagen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017